Yo, 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 hier ist Münko, MünkX, und ja, heute reden wir über ein ernstes Thema, nämlich, was zum Fick ist aus Gamello geworden, nämlich, Gamello, falls ihr nicht wusstet, er ist ein fetter Content Creator, wohl eher Content Destroyer, weil seine Contents sind echt destroying, und ja, ich finde, es ist echt scheiße, was er durchgezogen hat, und wir wollten nochmal ankündigen, dass wir jetzt Gamello rauswerfen aus Sextendo, das war folgenden Grund, er hat mal das N-Wort gesagt, und Ja, wir fanden das zwar richtig, richtig, richtig wundervoll, Spaß, ähm, ja, er ist ein echt großer, ähm, äh, äh, F-Wort, ähm, und, ähm, ja, äh, Münko ist hier, und, ähm, ja, auf jeden Fall, Gamello, du dummer Hurensohn, bitte, bring dich um, Realtalk, niemand will dich, äh, deine Videos waren schon immer scheiße, ähm, ja, ich bekomme, äh, Herpes von deinem Scheiß-Video, äh, Oh, Gamello, Gamello, du bist scheiße, ähm, äh, so, ja, danke, danke, dass ihr beim Video dabei wart, ähm, lasst ein Abo da, äh, ein Abonnement, ein, äh, Abonnieren, und, ähm, ähm, äh, lasst ein Like da, like das Video, faft das Video, faft das Video, und, äh, lasst ein Like da, äh, lasst ein Kommentar da, kommentiert unter dem Video, unten in der Kommentarbeschreibung, Klickt auf das I oben, um nichts mehr zu verpassen, und abonniert auf die Glocke, so, ähm, ja, kommen wir zum nächsten Thema, ähm, wir reden über, ähm, Münko 2, also, ähm, wir bei Münko Inc. äh, wollten unser Territorium sozusagen ausweitern, Und wir gründen einen neuen Kanal, Link ist natürlich in der Videobeschreibung, äh, lasst ein Like da, und ein Kommentar, und ein Abonnement, so, ähm, Die Monday-News, die kommen morgen. Nils Wunki! Leute, ich muss euch was sagen. Nils Wunki, voller Name ist Nils Michael Hesker.